Schatz, ich brauche Platz für meine Maus. Was ist das? Schau es dir an. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Wenn ich es dir sage, glaubst du es mir niemals. Wenn ich wegschaue, sterbe ich in dem Game. Es ist eine Nacktaufnahme von dir. Du machst ständig Nacktaufnahmen von mir. Hey Schatz. Okay, wenn es dir nicht wichtig genug ist... Warte, 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 warte. Hast du einen guten Winkel erwischt? Ja. Okay. Mehr als eine Sekunde wegschauen könnte für mich das Ende bedeuten. Wenn ich nicht meine volle Konzentration aufs Spiel lege, wenn ein Gegner um die Ecke kommt, bin ich geliefert. Also los, Pam. Das Bild ist schwarz. Es ist eine Videoaufnahme. Du musst schon auf Play gehen. Siehst du nicht, was ich hier gerade durchmache? Wow. So wichtig? Na toll. Ich hoffe, das ist was Wichtiges. Was? Weißt du was? Du hättest mir sagen können, dass jemand aus dem Konzert eine Serie gemacht hat. Wie sollen wir den Erwartungen gerecht werden? Das schaffen wir doch nicht. Wir werden doch etwas Besseres hinkriegen als das, was ich dir vorhin gezeigt habe. Und wenn du mir nicht glaubst, dann hör doch auf Kang und Vidan. Die haben doch auch gesagt, die Idee ist mega geil. Und man soll daraus eine Serie machen. Also wieso machen wir keine Serie daraus? Du willst also eine Serie machen? Vergiss es. Du machst schon Jahre lang das Gleiche auf YouTube. Möchtest du nicht mal was Neues ausprobieren, aus dich hinaus wachsen oder nicht? Denkst du, Leute von Streaming-Plattformen schauen sich unsere Videos an und sagen dann so, Hey, ihr macht coole Kurzfilme. Geben wir denen doch eine Chance. Hey, ihr macht coole Kurzfilme. Wir wollen euch eine Chance geben. Vor einem Jahr bekamen wir durch Kiko die Chance, eine Serienidee vorzustellen. Schatz, warte doch! Sieht der nicht, wie viel Potenzial darin steckt? Er hat doch nichts gegen die Idee gesagt. Nur ein YouTube-Video reicht halt nicht aus. Aber da ist alles drin? Welt, Story, Charaktere? Wait, what? Hab ich damals echt so ein Crap gesagt? Wach endlich! Auf, Junge! Schatz, er hat uns die Chance gegeben etwas zu pitchen. Wir könnten doch zusammen... Du hast recht! Ich werde dir eine Story liefern, die viel krasser ist. Aber... Wir sind einig. Babys Marcin... B твоi... Schatz, was ist hier los? Schatz, hilf mir! Was machst du da mit meiner Freundin? Ich bin hier, weil ich der Bösewicht bin, der den magischen Stift an sich reißen will. Ich schwöre, ich hab den nicht geklaut. Ich hab den gestern auf der Parkbank gefunden. Hier. Das ist nicht der Stift. Ich hab den von meiner Kollegin ausgeliebt. Ich wollte den morgen wieder zurückgeben. Das ist auch nicht der Stift. Ist es das Schwer von Brienne von Tad aus Game of Thrones? Halt! Einen Schritt weiter und ich zerschlitze deine Freundin. Ja, das ist das Schwer von Brienne von Tad. Wer bist du böser Bösewicht überhaupt? Erkennst du mich nicht mehr wieder? Du gehörst mir so bekannt vor. Hä? Nein, wer bist du? Ich bin der Zwillingsbruder. Wow, Bloodwist. Aber das kann nicht sein. Der sieht doch nicht so aus. Oh mein Gott, du hast mich durchschaut. Wie kann es sein? Zwei Kikos? Nein, es gibt nur eine Kikos. Ich bin der wahre Bau. Boom, ein Plotwist nach dem anderen. Also es sind schon erstaunlich viele Wendungen. Ja, genau. Und dann stellt sich später heraus, dass der Gute eigentlich der Böse ist, aber der Böse bleibt trotzdem der Böse. Weil die Leute denken eigentlich, da kommt ein Plotwist, aber da kommt keiner. Und dann machen wir auch noch Folgendes. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Ich bin Herbert der Böse. Ich bin Herbert der Böse. Ich bin Herbert der Böse. Ich bin Herbert. Herbert der Böse. Yes. Et voila, direkt Werbedeals. Mehr Money. Und mehr Money bedeutet? Mehr Money. Hey, lass dich das noch nicht unterkriegen. Es ist eben nicht einfach. Die Idee ist tausendmal besser als manche andere Serien oder Filme heutzutage. Die Idee hat ja auch Potenzial, aber er würde doch kein Skript ablehnen, was gut ist. Hast du ihm überhaupt zugehört? Also wisst ihr, Plottwists, das ist nicht der Kenner der guten Story. Wenn ich euch einen guten Rat geben kann, dann sucht euch mehr Hilfe beim Schreiben, weil das, was ihr hier vorgelegt habt, das reicht einfach noch nicht. Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Wir holen uns auf jeden Fall Hilfe beim Schreiben. Die Chance habt ihr, aber ich will vermeiden, dass ihr in zwei Wochen wieder hier hinkommt und eure Chancen hier verbaut. Ja, ich soll es gar nicht mehr versuchen. Komm her. Komm her. Du Idiot! Alter! Dein Ohr scheint jetzt zu funktionieren. Ich dachte, du hättest einen Filter eingebaut oder irgendwie so. Ich glaube, für dich brauche ich auch einen. Außerdem, was soll sich überhaupt ändern? Du, du sollst dich verdammt nochmal ändern. Nur weil du YouTube-Video drehst und hier und dort mal so paar Set-Erfahrungen gesammelt hast, denkst du, du kannst alles? Wenn du jetzt schon aufgibst, dann mache ich ihm alleine für uns weiter. Und du denkst, du schaffst das? Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Amen.